Auch Migräneerkrankte sollten sich impfen lassen, denn wer Angst hat vor den Kopfschmerzen nach der Impfung, sollte erst recht Angst haben vor den Kopfschmerzen von einer Covid-Erkrankung. Denn wir wissen, dass Covid eben nicht nur an die Lunge geht, sondern auch neurologische Störungen machen kann. Und dazu gehören vor allem üble Kopfschmerzen, wie es von Freunden berichtet bekommen hatte, die Covid hatten oder wie man es aus der Zeitung lesen kann. Das heißt Migräneerkrankte sollten sich auf jeden Fall auch impfen lassen und sollte es zu Kopfschmerzen kommen, helfen bei diesen Nebenwirkungen von der Impfung ganz normale Kopfschmerztabletten.